So, 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 YouTube. Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück zu Geotastic. Wir spielen wieder die, ähm, ja, drei Runden Edition in Geotastic, äh, ich kann nicht scrollen, mit unendlicher Zeit und, ja, machen drei Runden und werden genau herausfinden, wo wir abgesetzt werden in der Welt und dann geht's los mit Runde 1. Okay, ein großer Fluss, ist schon mal gut, aber nicht alle Flüsse sind eingezeichnet. Spontan würde ich Kolumbien sagen. Die Sonne ist im Norden, wir sind im Süden. Aha, oder doch nicht, Afrika. Hier steht doch, da ist das Schild. Mambuluzzi Game Reserve. Okay, dann weiß ich, glaube ich, wo wir sind. Ähm, entweder Swaziland oder Lesotho hatten die Game Reserve Worlds. Die haben hier eher mit M, nicht? Ja, die haben auch mit M, Mambuluzzi. Ähm, wie heißen die Sachen hier? Wilderness. Protected. National, National, Mimbatiane. Ne. Aber in die Richtung geht's auf jeden Fall dann. Wildlife Reserve. Die haben hier gar keine Reservate, nicht wahr? Ja, die haben gar keine Reservate. Ich glaube, die liegen auch sehr hoch, nicht? Das ist alles sehr klüftig hier. Aber die hätten halt Reservate. Aber ich weiß, dieses Game-Ding habe ich schon mal gesehen. Mbuluzi Game Reserve. Da waren wir schon mal. Maholzingi. Hier Game Sanctuary. Milvani. Havane. Zoo & Wildlife. Protected. Oh, Mann. Okay, wir gucken mal weiter. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Mit sehr vielen Informationen. Guckt mal, hier geht es ja weiter. Quande, Quande, Quando. MR3 Marzini. Aber Marzini? Marzini, da. Okay. Nee, 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 das ist einfach richtig. Ähm, MR3. Das ist die MR3. Oh ja, stimmt. Beim letzten Mal waren wir hier hinten bei Shiteki. Ja. so, Marzini auf jeden Fall sehr weit weg und Simunie Simunie wenn wir Simunie sehen, dann haben wir es Simunie ok Nature Reserve, hier ist ein Fluss wir stehen ja auf einer Brücke, dann können wir eigentlich ja nur hier stehen Simunie nach Süden ja, passt dann müsste nördlich von uns Mpapheni kommen dann gucken wir da nochmal achso, wir fahren jetzt gerade nach Süden ja, vielleicht sollte ich nach Norden fahren, wenn ich die Stadt im Norden wissen will wäre eine Option, oder? was steht hier noch dran? das war das Schild hier haben wir noch ein großes, schönes Schild unsecured personal loan to get what you need im Fernseher ja, let's give you a loan die armen Leute direkt in die Armut getrieben durch sowas auch in Deutschland nehmt keinen Kredit auf, wenn ihr ihn nicht wirklich braucht vor allem nicht für den Fernseher für ein Haus vielleicht für ein Auto vielleicht aber nicht für für irgendwie Fernseher, Xbox und am besten das Geld dafür auf jeden Fall schon zurücklegen Sibu Siso Market so, wie heißt du hier? Halseni Trees Mipfifini heißen wir aber eigentlich Mipfifini hier könnte was dran stehen Halane Roy National Park Game Reserve hier ist das Game Reserve okay das reicht mir eigentlich ich hab's gesehen das hab ich vorher nicht wahrgenommen dann heißt das wir müssten jetzt hier irgendwo sein die MR24 müsste also da hingehen geht sie da stehen wir also auf dem Fluss und jetzt ja mehr nördlich in der Brücke als südlich also eher dort Finish 9,17m Eswatini abgeschlossen und weiter geht's in Runde 2 okay Osteuropa Herbst Ungarn Rumänien Slowakei Slowenien Slowenien nicht ist zu dreckig für Slowenien oder EU gut das hilft nicht viel oh an den Dingern kann man doch immer ausmachen wo man ist aber ich kann mir immer nicht merken was die breiteren Dinger sind die mit mehr Abstand die mit größeren Löchern wie mit engeren Abstand wie die hier ich kann mir das immer nicht merken so Granitbank das klingt äh Estländisch nicht wahr äh H U Ungarisch okay das ich vergesse immer dass die da unten auch äh Üs haben und beim letzten Mal nicht waren wir hier in Ungarn bei Gür und ich hab die ganze Zeit in Rumänien gesucht ich bin irgendwann über die Grenze gerutscht und hab's einfach nicht gescheckt ah das darf mir heute nicht nochmal passieren achtet da bitte drauf ihr tragt sonst eine Mitschuld ich muss sie ja von mir weisen so die 442 bin ich jetzt im richtigen Land Ungarn ich weiß noch einer hat in Chatt die ganze Zeit geschrieben die die ist doch da und ich so ich nehm keine Hinweise an bis er gesagt hat äh da oben äh du bist im falschen Land doch äh ja und dann fehlt mir wie Schuppen von den Augen das hat auch erklärt warum ich keine 400 oder was wir gesucht haben gefunden hab ähm ja hier müsste auch mal energisch auftreten nicht wahr so hier ist die 42 geht nicht die 442 vielleicht von der 42 ab tut sie so da haben wir sie doch ähm ja komm dann fahren wir jetzt hier raus und dann finden wir heraus wie der Ort heißt und dann wissen wir wir sind nördlich am Ende ja anscheinend sind wir eher nördlich von dem Ort was war denn das war das ein Spielplatz oder was ne oh guck mal oh Hamburger oh Güros oh Langasch oh Hattags oh Peskenienje keine Ahnung Hurka kann ich auch nicht sagen Kolbass hm Sor Sor auf jeden Fall sehr äh auch sieht auch sehr gut aus Ruby Hüfte Hüfte Büffe mhm mhm aber Preise schreiben wir auch nicht ran nicht wahr da musst du denn da genau gucken oder dich übers Ohr ziehen lassen da kriegst du den Touristenpreis äh wenn du dich erkennen lässt ein Tesco ok auch ne sehr gute Landmark oh schon wieder Söre Sö Kanya ah ok ok der Ort ist größer als ich gedacht hätte war da ein Flugzeug da ist einfach ein altes Flugzeug wow gibt's hier aber in Leipzig auch äh das ist ein Restaurant auch alte Hubschrauber aber das hätte ich jetzt nicht erwartet hier cool ist das ne DC 10 oder so nicht oder DC 90 eher Cruise Propellermaschine auf jeden Fall noch ich mein wir regen uns heutzutage auf über Düsenjets aber ich glaub mal ähm wenn sowas über euch hinweg geflogen ist nicht wahr oder auch so ein richtiger Düsenjet da sagt ihr ok lieber wieder die anderen oh der Bus im Weg noch mehr alte Maschinen das ist so ein Museum oder sowas oder ein Sammler ein verrückter coole Sache sowas liebe ich deswegen spiel ich gerne Geotastic nicht durch die Gegend fahren und sowas sehen 490 Magronia mhm wenn man satt wird ist 490 ok oha der LKW kam uns aber ziemlich dicht ist auf jeden Fall ne gut befahrene Straße ok wie lang geht denn diese Stadt wir müssen ja in einer riesigen Ortschaft sein wir sind auf der 442 so das kleine Stück da können wir nicht drauf sein Matyfy kann es nicht sein zu kurz das auch zu klein eigentlich und Snorlock stand nur dran als nächsten Ort der kann es ja auch nicht sein geht die 442 irgendwo noch weiter manchmal springen die Straßen sind ja so aber die geht nur von da nach da nicht wahr hier ist die 41 und hier sind dann gleich andere das heißt wir können ja eigentlich nur hier sein dann ist das der Flughafen sind wir hier vielleicht reingefahren da ist der Tesco ok dann stehen wir hier irgendwo und sind hier am Tesco vorbei und dann an dem alten Flughafen gerade aber wir sind doch nicht auf einer an sowas vorbeigekommen dann stehen hier irgendwo die Flugzeuge das heißt wir müssten jetzt wir fahren ja nach Süden denn dann müssen wir hier starten wartet mal wir fahren jetzt mal nach Norden dann müssten wir direkt ans Ende der 242 kommen warte mal hier ein Straßenname die Wöre Mööse Utka Wöse Mööse Utka da ist sie dann heißt es stehen wir irgendwo hier auf dem Stück ja dann sind wir hier neben Tesco vorbei und dann muss hier oder da der Flughafen mit diesen Dingern gewesen sein dann sind wir schon hier durch gewesen sogar mhm ah hier ist auch noch ein Flugplatz ah eine Airbase Ungarn Airbase ja dann wird das hier hier werden die Flugzeuge gestanden haben ok und wir stehen in der haben wir hier auch einen schönen Straßennamen ja an der Kassika Jalos Kassika hier ne Küdigula hier ist zumindest ne Janos aber nicht ne Lajos das macht mich unglücklich also das ist die Straße die wir direkt erreichen das ist VJ das ist FM und das ist KG das passt alles hier nicht hier Kis Janos könnte es sein aber eigentlich Lajos hier Kazak Lajos hier stehen wir aber hier ist Kis Janos und hier ist Kazak Lajos und dann wenn ich hier kurz hochfahre kommen wir schon zu der ok ich meine ich fahre nur hier raus und die Straße ist schon ach die hier heißt die heißt Viremyry Sü Ytra nö heißt sie eigentlich gar nicht und die nächste von uns nördlich heißt irgendwas mit Sambri ne südlich nicht ah ich bin südlich gefahren ok von uns die nächste heißt irgendwas mit Sembri von unserer Straße aus gibt es aber keine südliche Straße warte mal dann stehen wir dann sind wir hier die endet nach westen dann stehen wir nämlich hier dann bin ich vorhin hier lang und dann hier hoch oder runter nee ok und dann müsste jetzt die nächste hier die Sambri ok jetzt nochmal Glück gehabt so und wir stehen vor den Häuserlinien das heißt da stehen wir gut finish 2 meter 63 und damit kommen wir zur dritten runde mountainbike outfitter spike shop ok vollies ok leider zugemacht man palmen wir sind auf guam oder ja ok oder bahamas oh bahamas wär stark oh jetzt noch 20 minuten durch die bahamas fahren oder bermuda noch geiler die sonne ist im wenn die sonne da ist ist im nord dann sind wir im süden dann wären wir nicht auf guam ich würde aber dann können wir in panama sein palm keine insel dann panama rechtsverkehr ok oh die sonne ist halt nur blöd zu erkennen das ist auch möglich aber hier wunderschöner strandausblick oder nachher noch mal leise oder sowas oder philippinen stay well ok zumindest englisch title doch guam ok dann ist die sonne nur falsch guam liegt wesentlich nördlicher vom äquator als dass die sonne im norden stehen könnte da ist sie ok jetzt sehen wir sie frei und die sonne ist im norden ähm ich dachte es ist eine regel wenn die sonne im norden ist ist man im süden außer dicht am äquator aber das ist sicher nicht dicht am äquator ist auch für der philippinen dann passt irgendwas mit dem äh mit dem kompass nicht unten na toll auch so ein krams aber egal guam äh first commercial bank und im norden ist das wasser ja da können wir ja nicht an vielen orten hier sein dann sind wir nämlich hier und wo ist die first commercial bank us district shirley's coffee shop marine coast ja irgendwo hier finden wir einen straßennamen die waren wo waren die hier versteckt immer first commercial bank zivilen tank aber straße steht nicht dabei an den dingern auch nicht wie heißt das ding vielleicht sehe ich das auf der karte titel title ok wir müssen weiter zurück weiter zurück blör das doch nicht titel guarantee ich würde sagen wir sehen das ding hier dass wir hier irgendwo sind titel guarantee ja ok da sind wir und wir stehen wie weit davon weg es war in der nächsten ecke ok ok das heißt du hast die bank dann kommt das feld dann stehen wir wahrscheinlich hier und da aber in dieser zweitstraße genau gibt es vielleicht irgendein ah hier ist alles tot an der ecke genau boat shop gucken wir uns mal die boote an ja gut für den 10er nehme ich ihnen das ab aber mehr ist hier auch nicht ein autoladen noch ein name hat das ding vielleicht dass wir da was sehen carmoni ok der ist nicht schlecht buy sell consign trade carmoni automotive matchmakers jetzt auf ihrer insel carmoni aber das hier könnte boot und carmoni sein guam chamber of commerce hier geht es nicht weiter nicht also das ist zu krass da müssen wir auch jetzt gleich rauf fahren das hier könnten noch moylan company und moylan party world da gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr und dann ist das der boat shop mit den autos davor ja und dann ist das gebäude hier unsers ne das heißt doch auf der seite dann sind die das gebäude ist dieses ding ja das kommt hin ist auf jeden Fall länger als unsers und unsers ist das hier hier vielleicht noch einen straßennamen um ganz sicher zu gehen ähm nö ja das ist in Guam problematisch okay unsere straße geht auch nicht nach da weiter das ist gut wir gucken nochmal hier neben premium art foto und senator vincenti cabarene pelenghini hier ist eigentlich moser joint ja ist wahrscheinlich alles neu die ecke ist komplett weg gewesen ähm finish 6 meter 90 ja Guam ist auch nicht so interessant das war schon der interessanteste Teil von Guam sonst ist alles sehr verstreut und damit kommen wir zu den final results und 18.000 punkten wir haben es wieder geschafft 5 minuten 19 es war teeny Ungarn 10 minuten 28 und starke 6 26 in Guam insgesamt 22 minuten ich würde sagen let's go nächste runde bis bald 22 23 21 24 24 25 26 30 29 30 30 31 30